Die Behandlung unserer Klinik dient immer dazu, ihre Schmerzen zu lindern, ihre Einschränkung der Beweglichkeit aufzuheben, um ihnen eigenständige, kraftvolle und glückliche Mobilität zurückzugeben, weil freie Beweglichkeit, gute Beweglichkeit, schmerzfreies Leben ein gesundes, unglückliches Leben ermöglicht. Mein Name ist Thilo John, ich bin Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie an den DRK-Kliniken Berlin-Westend. Wann wird ein künstliches Hüftgelenk nötig? Ein künstliches Hüftgelenk wird dann nötig, wenn sozusagen der Patient oder die Patientin mit den Einschränkungen, die sie hat, also Schmerz, Bewegungseinschränkungen, also die Einschränkungen des Alltags oder des normalen Lebens, nicht mehr zurechtkommt. Also in dem Moment, wo sozusagen der Patient sagt, er möchte so nicht mehr leben aufgrund der Beschwerden, aufgrund der Bewegungseinschränkungen, dann gibt es keine andere Alternative mehr als die Implantation eines künstlichen Gelenkersatzes. Die Entscheidung ist eine ganz individuelle Entscheidung. Das hängt von dem Patienten ab, ist er damit gewählt zu leben mit den Einschränkungen und der schlechter werdenden Situation oder möchte er Abhilfe. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung und wird auch individuell mit dem Patienten besprochen. Welche Arten des künstlichen Hüftgelenkes gibt es? Grundsätzlich gibt es zwei Arten von künstlichem Gelenkersatz. Eine Variante ist die zementierte Hüfttotalendoprothese, die andere Variante ist die zementfreie Versorgung. Sie können das auch kombinieren, dass Sie beispielsweise den Schaft oder nur die Pfanne zementieren. Der wesentliche Unterschied ist, dass bei einer zementfreien Versorgung der Prothesenschaft oder auch die Pfanne im Knochen so fixiert wird, dass die Komponenten regelhaft vom Knochen bedeckt werden und einheilen. Also es findet eine feste Verankerung zwischen dem Implantat und dem Knochen statt. Und wenn Sie eine zementierte Variante haben, dann ist die festigkeitsbringende Komponente der Zement. Das heißt, die Prothese wird durch den Zement im Knochen gehalten, ob am Oberschenkelknochen oder im Bereich des Beckenknochens. Wie ist eine künstliche Hüfte aufgebaut und wie funktioniert diese? Grundsätzlich besteht ein künstliches Hüftgelenk aus drei Komponenten. Einmal den Hüftschaft selbst, dann die Hüftpfanne. Und die Hüftpfanne ist häufig aus zwei Teilen. Eine Außenschale, die in der Regel mit scharnbeschichtet ist und eine Innenschale. Und die Innenschale kann entweder aus Keramik sein, aus Kunststoff. Kunststoff ist das häufigst verwendete Implantat. Und dann haben wir noch den Hüftkopf, der in der Regel heute aus Keramik ist. Das ist eine hochbruchfeste Keramik. Hier ein Beispiel, wenn Sie das Ganze zementfrei versorgen, dann verankert sich der Prothesenschaft im Knochen. Der Hüftkopf gibt die Artikulation, also die Gleitfähigkeit zur künstlichen Hüftpfanne. Das ist der grundsätzliche Aufbau eines künstlichen Hüftgelenkes, also drei Komponenten. Was erwartet mich in der Rehabilitation und Nachsorge? Wie lange dauert die Heilung nach der Operation? Grundsätzlich unterteilen wir das ja in eine operative Maßnahme. Das heißt, am OP-Tag selber werden Sie ganz normal operiert. Am Nachmittag werden Sie mobilisiert. Das heißt, der Physiotherapeut oder der Operateur kommt zu Ihnen und geht mit Ihnen die ersten Schritte zusammen. Danach, am nächsten Tag, beginnt die ganz normale Physiotherapie. Das beinhaltet die G-Schule mit G-Stützen. Dann lernen Sie im Krankenhaus normales Gehen. Wie komme ich aus dem Bett heraus? Wie komme ich aus dem Bett hinein? Eigenständig lernen Treppensteigen. Wenn wir dann sehen, dass es Ihnen gut geht, Sie sich wohlfühlen, sicher laufen können, sicher Treppen bewältigen können, dann ist der Krankenhausaufenthalt beendet. Das ist eine Zeitspanne zwischen drei und fünf Tagen oder manchmal auch sechs Tagen. Wir gucken, wie es Ihnen geht. Das Entscheidende ist, dass die sich wohlfühlen und sicher fühlen. Dann kommt die Rehabilitationsphase in einer Reha-Klinik. Diese Rehabilitationsphase kann ambulant sein. Das heißt, Sie sind zu Hause, werden tagsüber in die Reha-Einrichtungen gebracht, haben dort ihre physiotherapeutischen Anwendungen. Das umfasst Bewegungsschule, Kräftigung der Muskulatur, koordinative Übungen. Das Gleiche findet auch in der stationären Rehabilitation statt. Nur der Unterschied ist, dass Sie beim stationären Rehabilitationsaufenthalt in einer Reha-Klinik direkt auch übernachten. Nach diesen drei Wochen kann man das gegebenenfalls nochmal um eine Woche verlängern, je nachdem, in welchem Zustand Sie sind. Danach schließen sich dann in der Regel nochmal zwei Wochen häusliche, also Physiotherapie, die Sie von zu Hause aus machen. Das heißt nicht, dass jemand zu Ihnen nach Hause kommt, sondern Sie gehen zwei bis dreimal die Woche noch zur Physiotherapie, sodass Sie dann im Schnitt nach sechs Wochen wieder in Ihrem normalen Lebensalltag zurück sind. Dann empfehlen wir natürlich immer weiter, sportliche Aktivität durchzuführen, in der Regel eigenständig, vier Gehtraining, vier koordinative Übungen. Was darf ich, was darf ich nicht mit einer Hüftprothese? In der Regel sagen wir, dass Sie alles das, was Sie vorher gemacht haben, auch nach der Implantation eines künstlichen Gelenkersatzes tun dürfen. Ausnahmen sind natürlich, wenn Sie Extremsportarten durchführen, wie zum Beispiel freies Klettern ohne Sicherung, Fallschirmspringen, also Risikosportarten. Und das ist immer etwas, wovon ich persönlich abrate, auch wenn Sie das vorher vielleicht auf sehr, sehr hohem Niveau getan haben, weil natürlich, wenn Sie sich mit einem künstlichen Gelenk etwas brechen, gerade am Oberschenkelknochen, dann haben Sie einen ganz anderen Gefährdungsgrad, als wenn Sie Ihr natives Gelenk haben. Aber Sie dürfen weitestgehend alles tun. Sie können auch schwere körperliche Arbeit damit verrichten, also ganz normales Alltagsleben können Sie problemlos verrichten. Sie können Sport treiben, Sie können Skifahren gehen, Sie können joggen gehen. Natürlich ist es immer so, je höher Sie Ihr künstlichen Gelenk, je höher Sie dieses künstliche Gelenk belasten, desto schneller verschleißt es natürlich. Wir gehen heute davon aus, dass die künstlichen Gelenke zwischen 20 und 25 Jahre Lebenszeit haben. Je höher Ihre sportliche oder je höher Ihre Belastungsaktivität für das Hüftgelenk ist, desto schneller verschleißt natürlich auch Ihr Hüftgelenk. Und es ist so, dass wir heute neue, moderne Implantate haben, sodass wir nicht genau sagen können, ob es 25, vielleicht sind es auch 30 Jahre. Aber ein wesentlicher Faktor ist natürlich, wie hoch und wie intensiv beanspruchen Sie Ihr Hüftgelenk. Aber normale sportliche Aktivitäten empfehle immer. Gelenkschonende Aktivitäten wie Radfahren, Schwimmen, normales Laufen, Nordic Walking, viel Aktivität, das ist gut. Extremsportarten würde ich eher abraten von. Wenn es Ihre Passion ist, dann können Sie dem natürlich auch nachgeben. Muss die Prothese irgendwann ausgebaut werden? Grundsätzlich muss man leider sagen, die Implantation eines Kunstgelenkes ist immer der Beginn einer neuen Erkrankung. Es ist ein Kunstgelenk und nichts für die Ewigkeit. Nun ist es aber so, dass wir heute Daten haben, dass ungefähr 80 bis 85 Prozent aller implantierten Prothesen auch nach 20 Jahren noch gut funktionieren, sodass man davon ausgehen kann, dass die Lebenszeit wahrscheinlich länger als 25, vielleicht auch 30 Jahre. Ein wesentlicher Faktor ist, wie stark und wie intensiv belasten Sie das künstliche Hüftgelenk. Das bedeutet aber auch, wenn Sie nur auf dem Sofa sitzen, überspitzt formuliert, werden Sie Ihr Gelenk aufschädigen, weil dann einfach Ihre Muskulatur deutlich schwächer wird. Also das Beste ist die gute Balancierung zwischen Aktivität, Muskelerheit, ein bisschen Muskelaufbau und normaler Bewegung.